Die Justice League wird in einer einzigen Explosion verdampft und Mr. Fantastic endet als ein Haufen blauer Spaghetti. Es war ein hartes Jahr für Superhelden. Hier ist, wer tot ist. Wie seine Söhne Thor und Loki taucht Odin in den Marvel Comics und Filmen in den DC Comics, in verschiedenen Werken der Fantasy und natürlich in der nordischen Mythologie auf. MCU-Zuschauer assoziieren den Allvater mit Anthony Hopkins' Darstellung in den ersten drei Thor-Filmen. Wie Asgard selbst durchläuft auch Marvels Odin Zyklen der Zerstörung und Wiedergeburt. Zu Beginn von Thor 3, Tag der Entscheidung, entmaterialisiert er sich in Partikel aus hellem Licht und am Ende von Thor Nr. 22, von Autor Donny Cates und Zeichner Nick Klein aus dem Jahr 2022, löscht er sich auf ähnliche Weise selbst aus dem Leben. In dieser vorletzten Folge von Cates Gott des Hammers Reihe offenbart Odin, dass seine weitere Existenz Thor, den derzeitigen König von Asgard, daran hindert, die volle kosmische Macht auszuüben, die seinem königlichen Stand normalerweise zur Verfügung steht. Odin erkennt, dass Thor einen zusätzlichen Schub braucht, um den abtrünnigen Gott der Hämmer, eine Mischung aus Mjölnirs Energie, und dem ruchlosen Mangog zu besiegen und gibt den letzten Rest seiner Macht an seinen Sohn ab, wobei er sich selbst auslöscht. In Suicide Squad von 2016 beißen nur zwei Mitglieder der Task Force X ins Gras. Im Gegensatz dazu bietet The Suicide Squad von 2021 ein regelrechtes Massaker an DC-Bösewichten der Zähliste. Glücklicherweise gehört Peacemaker nicht zu diesem Gemetzel, sodass er für seine HBO Max-Serie zurückkehren kann. Vielleicht im Interesse der Konsistenz mit dem Film endet Peacemaker die erste Staffel mit weniger Figuren als zu Beginn. Die meisten dieser Figuren sind gewöhnliche Menschen oder Mitglieder der feindlichen außerirdischen Rasse, die umgangssprachlich als Schmetterlinge bezeichnet werden. Der Schmetterling Ignobe Locke, der den Körper des ehemaligen Söldners Clemson Mern bewohnt, ist eine Art von beidem, und in vielerlei Hinsicht ist sein letztlich aufopferungsvoller Kampf, um zu verhindern, dass seine Mitschmetterlinge die menschliche Rasse auslöschen, als superheldenhaft zu bezeichnen. Nachdem die Schmetterlinge die Polizei von Evergreen Washington übernommen haben, wirft sich Mern vor den metaphorischen Bus, damit Harcourt und Adebayo ihrer Hinrichtung entgehen und ihre Mission fortsetzen können. In einer tragischen Wendung ist der Schmetterling Ig-Stuck-Igg-Igg manchmal auch als Goff bezeichnet und im Körper von Detective Sophie Song zufällig derjenige, der wiederholt den Abzug auf Mern drückt. Seit Crisis on Infinite Earths von 1985, das die Zeitlinie des DC-Universums zurücksetzte und sie aus der offiziell anerkannten Existenz entfernte, haben wir nicht mehr viele Superhaustiere gesehen. Daher ist es schön zu sehen, dass Krypto, der Superhund und Comet, das Superpferd in Supergirl Woman of Tomorrow von 2021 eine Art Comeback feiern. Das achtbändige Epos schickt Kara Zor-El auf eine galaxisumspannende Reise. Sie ist entschlossen, Krem aufzuspüren, einen interstellaren Piraten, der unnötigerweise den Vater ihres Freundes tötete und dann Krypto auf seiner Flucht vergiftete. Als die letzte Ausgabe erscheint, hat Supergirl Krem erfolgreich festgenommen. Allerdings gelingt es Krem, eine Kavallerie von Weltraumpiraten herbeizuschaffen, die ihm helfen, sein Schicksal zu wenden. Nach einem heftigen Kampf gelingt es Supergirl, diese Bösewichte auszuschalten, aber Comet verliert dabei sein Leben. Es ist ein wenig unklar, ob Supergirl Woman of Tomorrow eine kanonische Geschichte ist, sodass es schwierig ist, die genaue Natur dieses Comets zu bestimmen. Aber Supergirl erwähnt, dass sie wusste, dass er ein Mann war, der dazu verflucht war, als Pferd zu leben. Eine Tatsache, über die er nicht gerne sprach. Dieser Tod ist vielleicht nicht sehr einprägsam, aber er ist trotzdem sehr bewegend. Mit The Guardians of Justice von 2022 hat Netflix seinen Hut in den Ring der Superhelden-Satire geworfen. The Guardians of Justice erinnert an The Boys, Invincible, Unbesiegbar und HBO's Watchmen, Die Wächter, und behandelt die Helden mit Umhang und Mütze nicht als makellose Helden. Marvelous Man, das Superman-Äquivalent in diesem Universum, stirbt scheinbar live im Fernsehen, aber einige seiner Kollegen vermuten, ein Verbrechen. Ähnlich wie Rorschachs Suche nach dem Mörder des Comedian, den Auftakt zu Watchmen Die Wächter bildet, schließt sich The Guardians of Justice Nighthawk an, um das Geheimnis des Todes von Marvelous Man zu lüften. Aber wer ist Marvelous Man? Er kam auf die Erde, nachdem sein Heimatplanet von einem Brainiac-ähnlichen Bösewicht zerstört worden war. Wie jeder möchte gern Superman, der etwas von sich hält, kann auch Marvelous Man fliegen, hat einen Hitzeblick, verfügt über scheinbar unmögliche Kraft und ist praktisch unverwundbar gegen alles, was ihm schaden könnte, außer gegen das Kryptonit dieser Welt. Die urheberrechtlich geschützte Version einer Kryptonitkugel, die ihn tötet, wurde angeblich von einer Vertretung von Lex Luthor gestohlen. Klingt bizarr? Ist es auch. Aber das ist The Guardians of Justice in einer urheberrechtssicheren, mit Kryptonit gespickten Nussschale. In Human Target von 2022 nimmt der Privatdetektiv Christopher Chance, auch bekannt als Human Target, ein langsam wirkendes Gift zu sich, das für Lex Luthor bestimmt ist. Er hat zwölf Tage Zeit, um herauszufinden, wer für seinen baldigen Tod verantwortlich ist, und der hartgesottene Detektiv vermutet, dass mindestens ein Mitglied der Justice League International daran beteiligt ist. Die darauf folgende Geschichte verbindet Elemente der noir-Detektiv-Tradition mit der respektlosen Seite des DC-Verlags, die in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren aufkam. Ob die Miniserie von Tom King und Greg Smallwood in der DC-Hauptzeitlinie spielt, ist unklar. Daher könnte Guy Gardner noch vor Ende des Jahres in einer anderen, kanonischeren Geschichte auftauchen, oder sogar in The Human Target wieder auftauchen. Nichtsdestotrotz bleibt die Tatsache bestehen, dass der größte Trottel des Green Lantern Corps in The Human Target Nummer 6 in einem Kampf mit Ice seiner Ex und Chris Chance getötet wird. Die ursprünglich von Christopher verdächtigte Superheldin Ice wird schließlich sein romantisches Interesse sehr zu Gys eifersüchtiger Wut. Der drittberühmteste Green Lantern greift das neue Paar nach einer leidenschaftlichen Nacht an, nur um sich selbst eingefroren und in Stücke zerschmettert wiederzufinden, in dieser Reihenfolge. Lasst euch das eine Lehre für alle schrecklichen Ex-Freunde sein. Stalking und Belästigung bringen nie etwas Gutes, selbst wenn man einen Kraftring aus dem All hat. Viele Leute, die sich für Superhelden-Comics interessieren, fühlen sich von der verworrenen Kontinuität von DC und Marvel, den überraschenden Reboots und der Abhängigkeit von obskuren Charakteren mit allmächtigen Kräften, die aus dem Nichts auftauchen, abgeschreckt. Mit Justice League Nummer 75 von Joshua Williamson und Rafa Sandoval haben sie eine neue Hürde zu überwinden. In dieser Ausgabe entmaterialisiert ein zuvor wohlwollender Dimensionsreisender namens Peria mühelos einen beträchtlichen Teil von DCs bekanntesten, normalerweise unaufhaltsamen Champions der Tugend. Genauer gesagt, Peria tötet die Justice League. Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Satana, Aquaman, Hawkgirl und der Martian Manhunter lösen sich alle in nichts auf. Er schaltet auch multidimensionale Mitglieder der Justice League aus, darunter Präsident Superman von Erde 23, Doctor Multiversum von Erde 8, Captain Carrot von Erde 23 und eine Handvoll anderer. Das Werbematerial verrät uns, dass dieses grausame, traumatisierende Massaker an weltweit geliebten Charakteren in DCs Sommer 2022 Ereignis Dark Crisis mündet. All das ist an sich schon schockierend, aber jetzt kommt der Clou. Der aktuelle Action-Comics-Schreiber Philip Kennedy Johnson hat in einem Interview mit CBR bereits verlauten lassen, dass Supermans Tod, Carl L's edlen Kampf gegen intergalaktische Tyrannei und Unterdrückung in seiner gleichzeitigen War-World-Saga in keiner Weise unterbrechen wird. Auch Batman scheint durch sein Ableben nicht davon abgehalten zu werden, den Attentäter von Ra's al Ghul in der Crossover-Serie Shadow War zu jagen. Die bekanntesten Helden von DC sind in Justice League gestorben. Irgendwie gedeihen sie alle weiter in ihren Solo-Abenteuern. Was ist da los? Wir werden wohl weiterlesen müssen. Fans der Fantastischen 4 haben jahrelang darauf gewartet, dass Marvels erste Familie ihren rechtmäßigen Platz im Zentrum des MCU einnimmt, und sie werden sich wahrscheinlich nicht mehr lange gedulden müssen. Auch wenn derzeit ein neuer Regisseur gesucht wird, sollte Fantastic Four in nicht allzu ferner Zukunft realisiert werden. Hoffentlich schneidet die Version von Reed Richards aus der MCU-Zeitlinie etwas besser ab als der Reed, der die Illuminaten von Erde 838 anführt, denn dieser Typ stirbt einen schnellen und demütigenden Tod. In Doctor Strange in the Multiverse of Madness jagt die Scarlet Witch Steven Strange und America Chavez zur Erde 838, in der Hoffnung, Amerikas Dimensionssprungkräfte zu nutzen, um sich mit ihren Söhnen zu vereinen. Die Illuminati von Erde 838, eine geheimnisvolle Gruppe von Elite-Superhelden, nehmen die Bedrohung durch die Scarlet Witch zunächst nicht ernst. Wenn sie Thanos besiegen können, wie groß kann dann das Problem mit Wanda Maximoff sein, oder? Da die Scarlet Witch die Realität selbst kontrolliert, verwandelt sie Reed in Streichkäse und lässt dann sein Gehirn explodieren. Die Inhumans-Fernsehserie ist der größte Misserfolg in der Geschichte des MCU, und es gibt keinen zweiten, der dem nahe kommt. Die Filmrechte der X-Men, die zu Marvel zurückkehrten, zerstörten so ziemlich jede verbleibende Chance, dass die Inhumans den Platz für genetisch Begabte Ausgestoßene im MCU einnehmen. Und Black Bolt starb wahrscheinlich das grausamste und verstörendste Ende aller Illuminati-Mitglieder in Multiverse of Madness, was schon etwas heißen will. Nachdem Reed Richards von Erde 838 Wanda darüber informiert hat, dass Black Bolt sie mit einem Flüstern vernichten kann, Wanda grinst nur und setzt ihre Magie ein. Daraufhin bemerkt der König der Inhumans, dass sein Mund verschwunden ist. Er gerät in Panik, und der daraus resultierende Aufschrei lässt seinen Schädel wie eine Blase platzen. Wir glauben nicht, dass Black Bolt, der ebenfalls von Anson Mount gespielt wird, jemals so dumm sein würde, seine unfassbar zerstörerischen Stimmbänder einzusetzen, während sein Mund zugenäht ist. Er mag ein kommerzieller Misserfolg sein, aber der Black Bolt des ABC-Fernsehnetzwerks ist wahrscheinlich viel schwerer zu töten als dieser Typ. Seit ihrem Erscheinen in Captain America The First Avenger aus dem Jahr 2011 hat Peggy Carter eine Reise vom Kino über das Fernsehen bis hin zum Animationsfilm hinter sich. Während jeder, der die ABC-Serie Agent Carter gesehen hat, die Kampffähigkeiten der Version von Peggy aus der regulären MCU-Zeitlinie bestätigen kann, ist die Peggy-Variante aus Was Wäre Wenn Captain Carter die Erste Avengers geworden wäre in einem Kampf gegen Doctor Doom wahrscheinlich nützlicher. Die Disney-Plus-Serie Was Wäre Wenn erzählt die Geschichte von Captain Carter, einem zeitversetzten Helden aus dem Zweiten Weltkrieg, dem das Supersoldatenserum injiziert wird, als die ursprüngliche Testperson Steve Rogers vorübergehend nicht zur Verfügung steht. Wir können jedoch mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Ereignisse von Was Wäre Wenn nicht direkt mit den Bedingungen auf Erde 838 zusammenhängen. Captain Carter wird in Was Wäre Wenn Staffel 2 einen beträchtlichen Anteil an Bildschirmzeit erhalten, und die Erde 838-Variante von Peggy hat keine Zeit mehr, weder für den Bildschirm noch anderweitig. Im Vergleich zu den anderen Illuminati-Mitgliedern schlägt sich Captain Carter anständig gegen die Scarlet Witch. Es gelingt ihr sogar, ein paar Schläge zu landen, bevor Wanda die telepathische Kontrolle über Captain Carters Schild übernimmt und damit Peggy's untere Hälfte vom Rest ihres Oberkörpers trennt. In der primären MCU-Zeitlinie ist Maria Rambeau die Freundin von Carol Danvers und die Mutter von Monica Rambeau. Sie stirbt leider in den Jahren zwischen Infinity War und Endgame, aber nicht bevor sie einen großen Einfluss auf die Welt des MCU hat, in dem sie S.W.O.R.D. gründet. In Erde 838 wird Maria anstelle von Carol Danvers zu Captain Marvel und schließt sich Reed Richards Illuminati an. Maria teilt die Einstellung des Restes ihres aufgeblasenen Geheimbundes und sagt zu Strange, dass sie mit der kleinen Hexe fertig werden, wenn Wanda Maximoff auftaucht und nach America Chavez sucht. Wie sich herausstellt, kann Captain Marvel von Erde 838 nicht mit der kleinen Hexe fertig werden, die Captain Marvel zerquetscht, indem sie eine Statue auf sie fallen lässt. Kurioserweise trägt die Erde 838 Maria ein tealfarbenes Kostüm, das der Uniform ähnelt, in der Carol Danvers in ihrer Zeit als amnesische Kree-Kriegerin Verse in Captain Marvel von 2019 kämpft. Theoretisch könnte dies darauf hindeuten, dass eine Art diplomatische Beziehung zwischen den Kree und der Regierung von Erde 838 besteht, aber wer weiß, ob wir jemals mehr über die Geschichte dieser Zeitlinie erfahren werden. Patrick Stewart spielte Professor Charles Xavier zum ersten Mal in X-Men aus dem Jahr 2000 und sagte einmal, dass er sich nach dem Höhepunkt von Logan aus dem Jahr 2017 von der Rolle zurückziehen würde. Offenbar hat Kevin Feige seine eigenen Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle eingesetzt, um Stewart davon zu überzeugen, Xavier in Multiverse of Madness zum achten Mal zu spielen. Obwohl man fairerweise sagen muss, dass die Erde 838-Variante des wohlwollenden Mutanten-Telepaten technisch gesehen nicht dieselbe Person ist, die wir in den X-Men-Filmen der 20th Century Studios als Anführer der X-Men sehen, könnte Stewart einigermaßen glaubwürdig argumentieren, dass er sein Wort nie gebrochen hat. Wie der Rest der Illuminaten wird auch Professor X auf Erde 838 von der Scarlet Witch überwältigt, die sich von hinten an ihn heranschleicht, während er in Wanda's Geist ist und ihm das Genick bricht wie eine Stange Sellerie. Wir hätten uns gewünscht, mehr von Professor X im Multiverse of Madness zu sehen, vor allem nachdem Stewart's autoritative Erklärung, wir sollten ihm die Wahrheit sagen, in den Trailern so häufig zu hören war. Unvorhersehbare Explosionen grotesker Gewalt sind ein großer Teil des Reizes von Amazon Prime's The Boys. Anhand der Überreste, die Homelander in Glorious Five Year Plan Starlight zeigt, ist es schwer zu sagen, was genau der Anführer der Sieben Supersonic angetan hat. Es sieht so aus, als hätte Homelander ihm das Gesicht in den Schädel geschlagen und sein Bein mit seinem Hitzeblick abgetrennt, aber über die genaue Art von Supersonics mehrfachen, tödlichen Verletzungen können wir nur spekulieren. Jahre bevor er den Reality-Show-Wettbewerb American Hero gewann und sich den Sieben anschloss, war Supersonics Starlights erster Freund gewesen, und nichts, was wir in The Boys sehen, deutet darauf hin, dass er nicht gerade ein perfekter Gentleman war. Tatsächlich sind seine Freundschaft mit Starlight und sein Prinzipien treuer Hang, das Richtige zu tun, genau das, was ihn schließlich ins Fadenkreuz von Homelander bringt. Über den geflügelten Superhelden, der als SWATO bekannt ist, ist nur wenig bekannt, außer dass er in den 1980er Jahren ein Mitglied von Payback und ein enger Partner von Soldier Boy war. Auch wenn sein Ableben unnötig und tragisch war, so ist es doch ein lehrreicher Moment für den Rest von uns. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass bestimmte Fähigkeiten in bestimmten Situationen weniger nützlich sind als andere. In diesem Fall ist die Fähigkeit des Schwebeflugs zwar praktisch, um Katzen aus Bäumen zu retten, aber gegen Feinde mit Luftabwehrgeschützen ist sie völlig wertlos. Wir wissen, dass der Payback-Einsatz 1984 in Nicaragua vor allem wegen des Verschwindens von Soldier Boy und der anschließenden Vertuschung durch die Regierung bemerkenswert ist. Das Fiasko markiert jedoch auch die letzten Momente von SWATO. Die Green Lantern von Sektor 2813 tauchte erstmals in den frühen 1960er Jahren in einem Comic auf und ist seither in Comics, Zeichentrickserien und Videospielen eine ständige Nebenfigur. Thomas Re ist im Vergleich zu den Hunderten von anderen DC-Figuren, die im Laufe der Jahre geschaffen wurden, ziemlich bedeutend. Und über ihn zu sprechen, als wäre er ein rotes Hemd aus Raumschiff Enterprise ist ein wenig absurd. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Young Justice-Version von Thomas Re im Kampf gegen Lor Zod auf New Genesis in der Episode Odyssee des Todes aus Staffel 4 getötet wird. Er wird zwar schon ein paar Episoden früher eingeführt, bekommt aber nicht viel Zeit im Rampenlicht, bevor der Vorhang fällt. Dennoch macht er das Beste aus den wenigen Momenten, die er auf dem Bildschirm bekommt. Thomas Re erklärt, dass sein Versagen, die Zerstörung von Krypton zu verhindern, ihn seit Jahrzehnten verfolgt. Er kannte und bewunderte Supermans biologischen Vater, Yor-El. Thomas Re selbst überlebt Lor Zods Angriff zwar nicht, aber er schafft es, New Genesis davor zu bewahren, das Schicksal Kryptons zu teilen, und beendet seine Zeit im Universum mit einem kleinen Stück Erlösung. Als eines der ehemaligen Payback-Mitglieder das Soldier Boy verrät, ist Crimson Countess vielleicht eine der erträglichsten Mitglieder des ursprünglichen Wardsuperteams. Natürlich gibt es ein gewisses Maß an Narzissmus und einen Retterkomplex, der sie dazu bringt, sich für bedrohte Schimpansen einzusetzen, aber zumindest kanalisiert sie ihre persönlichen Unzulänglichkeiten in eine positive Richtung. Die Tatsache, dass sie heute in einem kleinen Wohnwagen wohnt, zeigt, dass ihre einzige wahre Schwäche vielleicht eine solide Finanzlage ist. Apropos Wohnwagen, dort wird sie von einem explodierenden Soldier Boy vom Erdboden verschluckt, ein Schicksal, das zahlreiche Figuren in der dritten Staffel von Amazons rabenschwarzer Superhelden-Satire teilen. Vielleicht ist es etwas kalt, seinen freundfeindlichen Militärwissenschaftlern auszuliefern, aber war es am Ende des Tages nicht, das richtige Soldier Boy aus dem Verkehr zu ziehen? Wir verbringen nicht viel Zeit mit Blue Hawk bei The Boys. Er ist nur in wenigen Episoden zu sehen und dient hauptsächlich als rücksichtsloser Kommentar dazu, wie die amerikanische Polizei mit dem Tod von George Floyd und zahlreichen anderen umgegangen ist. Blue Hawk schwört, dass er kein Rassist ist, aber er besteht auch darauf, dass Hip-Hop nicht als echte Musik gilt. Während der Obama-Regierung ist er in den Kaninchenbau des Spiaterismus abgetaucht und beklagt sich häufig über die empfundene Ungerechtigkeit, dass er in der Öffentlichkeit keine rassistischen Ausdrücke sagen kann, ohne dass dies soziale Konsequenzen hat. A-Train hat im Laufe der Jahre einige unglückliche Entscheidungen getroffen, aber das Durchbrechen der Schallmauer, während er Blue Hawk über den Bürgersteig schleifte, steht wahrscheinlich nicht auf seiner Liste des Bedauerns. Die TNT-Zwillinge waren ehemalige Mitglieder von Payback, die, wenn sie sich an den Händen hielten, blitzartige Stöße auf Bösewichte abfeuern konnten, aber das ist definitiv nicht das, wofür wir sie in Erinnerung haben. Vielmehr sind die TNT-Zwillinge die Gastgeber von Herogasm in The Boys Staffel 3. Wie wir in einer Rückblende in die 1980er Jahre sehen, waren sie in ernsthaften Kampfsituationen praktisch nutzlos. In ihrer Glanzzeit schossen die TNT-Twins mit einem kleinen Laser, der ein großes Geräusch machte und Leute umwerfen konnte, was bedeutet, dass praktisch jede Fernkampfwaffe effektiver gewesen wäre als ihre sogenannten Superkräfte. Infolgedessen funktionierten sie eher wie Fernsehpersönlichkeiten als das, was wir uns normalerweise unter Superhelden vorstellen. Als Soldier Boy sie bei Herogasm einholt, funktionieren ihre Kräfte aufgrund jahrelanger Vernachlässigung überhaupt nicht mehr. Am Ende ihres Lebens sehen Tommy und Tessa eher aus wie alternde Zirkusartisten als wie einstige Verbrechensbekämpfer. Auch wenn man ihre Lebensweise nicht gutheißt, muss man sich fragen, ob sie es wirklich verdient haben, Opfer des Amoklaufs von Soldier Boy zu werden. Im neuesten Thor-Film stirbt Jane Foster an Krebs, während sie ihre schwindende Existenz der Verteidigung unschuldiger Menschen vor allen möglichen kosmischen Bedrohungen widmet. Allerdings ist Thor Love and Thunder nur teilweise Janes Film, und das aus ziemlich verständlichen Gründen. Chris Hemsworth ist immer noch der Star der Show. In der Kontinuität des MCU verbrachte Jane einige Jahre abseits des Rampenlichts, aber der neueste Film des Franchises sieht ihre triumphale Rückkehr dieses Mal als mehr als ein einfaches Liebesinteresse. Irgendwann nach ihren Erlebnissen in Thor von 2011 und Thor The Dark Kingdom von 2013 trennt sich Jane Foster von dem intergalaktisch anerkannten Thor. Nach einer Krebsdiagnose im Spätstadium fühlt sich Jane zu dem askardischen Hammer Mjölnir hingezogen, der sie für würdig erklärt und in den mächtigen Thor verwandelt. Tragischerweise ist der magische Hammer nicht in der Lage, ihre Krankheit zu heilen. Tatsächlich schadet ihr der Gebrauch der Waffe sogar. Aber sie beschließt, Mjölnir aufzuheben und ihren askardischen Freund zu retten, gerade als ihn sein Schicksal ereilen soll. Als Ergebnis ihrer selbstlosen Entscheidung stirbt sie kurz nach der letzten Konfrontation mit Gore, dem Götterschlechter, und wird in Valhalla willkommen geheißen. Während wir zahlreiche Helden verloren haben, haben auch ein paar Schurken das Jahr 2022 nicht überlebt. Bei so vielen Superschurken, die zu jeder Zeit so viele hinterhältige Pläne aushacken, sollte man meinen, dass es keinen originellen Plan zur Weltherrschaft mehr gibt, der nicht ausprobiert wurde. Orm, der Ocean Master aus Young Justice, ist im Grunde genommen Loki, nur mit weit weniger Charisma, aber man muss ihm zugutehalten, dass er einen wirklich originellen bösen Plan verfolgt. In der Annahme, dass er das Volk von Atlantis durch die Verkörperung einer imaginären, glorreichen Vergangenheit bezaubern kann, verpflanzt der Ocean Master sein Bewusstsein in einen Klon von Arion, dem ursprünglichen Anführer des Unterwasserreiches. Ocean Master gewinnt große Schlachten und hält viele inspirierende Reden. Um sich abzusichern, klont er auch sich selbst und lädt den Klon mit Erinnerungen auf, sodass nur ein erfahrener Gedankenleser seine List durchschauen kann. Zufälligerweise gehört zur Young Justice Crew auch der prominente Telepath, M'Ghan Morts, der schnell herausfindet, was los ist. Aber als M'Ghan die Atlanter am Ende der vierten Staffel von Leviathan erwacht, vor der Anwesenheit des Ozeanmeisters in Arions Körper warnt, ist es bereits zu spät. Arion wird zum neuen König von Atlantis erklärt. Glücklicherweise explodiert Arion dank einer alten Prophezeiung, in die die Herren der Ordnung und Vandal Savage verwickelt sind, in dem Moment, in dem er sich die Krone aufs Haupt setzt. Rasal Ghul, der langjährige Erzfeind von Bruce Wayne und furchterregende Großvater von Damian Wayne, wird zu Beginn von DCs Shadow War ermordet, was viele Leser zu einem Augenrollen veranlasst. Ras, der jahrhundertealte, einstige Anführer der Liga der Assassinen, hat nicht nur dieselbe schwammige Beziehung zur Sterblichkeit, die den Rest der DC- und Marvel-Bewohner so anfällig für Wiederauferstehungen macht, die Unsterblichkeit ist auch so etwas wie sein Markenzeichen. Wenn Ras in der Vergangenheit aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten am Rande des Jenseits wandelte, zog er sich in die Lazarus-Grube zurück, einen buchstäblichen Jungbrunnen, und regenerierte seinen Körper in den eines jüngeren, gesünderen, größenwahnsinnigen Öko-Theoristen. Wenn Ras al Ghul stirbt und nicht zurückkommt, ist das im Grunde so, als würde der Joker aufhören, Morde zu begehen und über ironisch morbide Umstände zu lachen. Es fühlt sich einfach falsch an, auch wenn es eindeutig eine positive Entwicklung für die Bürger von Gotham City ist. Aber so unwahrscheinlich es auch scheint, nach Shadow War, einem Crossover mit mehreren Titeln aus der Feder von Joshua Williamson, ist Ras al Ghul immer noch so offensichtlich tot wie zu Beginn. Damien ist immer noch ziemlich verwirrt über den Tod von Alfred Pennyworth, und nun hat er kurz nach seinem Ersatz-Großvater auch noch seinen buchstäblichen Großvater verloren. Als die Söldnertruppen von Talia al Ghul und Deathstroke in Shadow War aufeinander losgehen, sterben viele von ihnen, darunter auch Respawn. Die vielversprechende junge Killermaschine debütiert im Deathmatch-Turnier der Lazarus-Liga, das auf den Seiten von Robin aus dem Jahr 2021 zu sehen ist. Auf den ersten Blick scheint er seinen Kostümstil und sein Gimmick von Deathstroke übernommen zu haben. Aber Respawn... aber Respawn ist viel mehr als ein Slade-Wilson-Fanboy. Ras al Ghul, ein völlig verrücktes wissenschaftliches Genie, hat das genetische Material seiner Tochter Talia und von Deathstroke vermischt, um den Söldner zu erschaffen. Damien Wayne ist zunächst begeistert, als er erfährt, dass er einen Halbbruder hat. Aber seine Freude ist nur von kurzer Dauer. Kurz nach ihrem Zusammentreffen stürzt sich Respawn in einen Kugelhagel und verschiedene andere Projektilwaffen, die für Slade bestimmt waren, und wird dabei in Stücke gerissen. Im Laufe der Jahre hat Young Justice einen spektakulären Job gemacht, um seine einzigartige Vision der Teen Titans zu etablieren, aber seine Ansichten über die großen Bösewichte des DC-Universums neigen dazu, ein wenig traditionell zu wirken. Das Licht ist eine ziemlich getreue Version der Legion der Verdammnis. Bösewichte, die mit Markovia und Apokalypse in Verbindung stehen, tauchen regelmäßig in anderen DC-Animationsprojekten auf, und der General Zod aus Young Justice Phantoms unterscheidet sich nicht wesentlich von Terence Stamps Zod von früher. Komm zu mir, Son von Jor-El! Kiegel vor Zod! Aber das bringt uns zu Lor Zod, dem gerissenen und kaltblütigen Sohn des älteren Zod, der für Superboy und die Legion der Superhelden eine äußerst gefährliche Konkurrenz darstellt. Lor Zod wirkt wie ein geistesgestörter Soziopath, der speziell auf Young Justice zugeschnitten ist. Allerdings endet Staffel 4 damit, dass Lor Zod in eine Bombenexplosion auf dem Mars teleportiert wird, die ihn sofort verdampfen lässt, aber das bedeutet nicht, dass wir ihn nie wieder sehen werden. Immerhin ist er ein Zeitreisender. Selbst wenn Lor Zod für immer erledigt ist, lassen die letzten Momente von Phantoms darauf schließen, dass eine hypothetische nächste Staffel definitiv nicht die uninteressanten Bösewicht-Probleme der vorherigen Staffeln haben wird. Schönenwicht Sektion Schönenwicht Vielen Dank.